Das ganz Besondere an Europa sind die 28 verschiedene Länder. Mit unterschiedlicher Geschichte und unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Städten, Essen, Stärken, Schwächen, Produkten, Sehenswürdigkeiten. Europa steht für Freundschaft. Nicht alle Leute wissen, wie wichtig es ist, tolle Freunde zu haben, auf die man sich verlassen kann. Und ich checke jetzt mal, was meine Generation so über das Thema Freundschaften in Europa denkt. Ich finde es lieber einfach schöner, weil man meistens auch Freunde woanders hat. Und ich will einfach nicht, dass das kaputt geht. Familie, Freunde, ist egal, ob die andere Sprachen sprechen, ist einfach wichtig, dass man sowas hat. Stell dir mal vor, die europäische Gemeinschaft ist einfach nur eine große Familie. Und wie würdest du es finden, wenn die sich trennt? Sehr bescheuert. Überzeugt eure Eltern und großen Geschwister, die schon wählen dürfen. Setzt ein Zeichen, dass ihr über eure Zukunft mitentscheiden wollt. Worn vor Friendship!